Ist das ein vertrauliches Gespräch? Das ist ein vertrauliches Gespräch erstmal, ja. Okay, dann warte. Hast du die SMS gelesen, die ich dir vorhin geschrieben habe? Ja, die habe ich gelesen. Ich habe sie auch direkt wieder gelöscht. Das würde ich gerne jetzt machen. Jetzt? Willst du das persönlich machen? Persönlich auf jeden Fall, ja. Und ich möchte, dass du jemanden mitnimmst. Wie soll ich mitnehmen? O'Brien. Okay. Ich werde auch immer nutzen, der wird aber nur als mein persönlicher Schutz. Sagt mit Zeit und Ort und dann machen wir das. Punkt 11. Den Ort sag ich dir kurz vorher. Und keine anderen Streifen dagegen. Wenn es schmeckt, du verarschmächtiger wird alles sofort abgeblasen. Ja. Ich sag dir aber schon so viel, dass wir zwischendurch das Handy gehen, um Rückmeldung zu geben. Das muss dir klar sein. Das Gespräch hältst du erstmal bedeckt, Bruder. Ist klar. Du wirst zu O'Brien gehen, ihm das sagen. Und kein anderer Kollege wird davon erfahren. Weil wir haben einiges zu besprechen. Ja. Karin. Aber ich sag dir jetzt so viel. Ich werde niemanden Namen nennen, mit wem wir uns treffen, was wir machen. Aber nur sollte ein Notfall sein, dass wir uns nach 10 Minuten nicht mehr melden. Ja, das ist ja okay. Alle von meiner Seite. Ich vertraue euch da, dass da wirklich passieren wird. Das kannst du gerne machen, ja. Kannst gerne um 10 Minuten Tag, je nachdem wie lange das Gespräch gehen wird. Ihr könnt einfach nur SMS schreiben, ne? Ja, okay. Also das reicht. Telefonieren brauchen wir nicht einfach nur eine SMS. Nicht, dass ihr euch schon mal vorab nicht wundert, dass wir am Handy sind. Ja, alles gut. Gut, dann warte ich auf deinen Anruf kurz vor 11. Jo. Perfekt. Alles klar, bis dann. Stark. Ich hab dich auf. Ich hab dich auf. Alles klar. Ich hab dich auf. Ich hab dich auf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, passend zum Moment auf jeden Fall So, wolltet euch treffen Ja, richtig Erstmal danke, dass ihr überhaupt gekommen seid Ja, kein Problem Vorher würde ich aber noch die ein oder andere Vorsichtsmaßnahme einleiten Erzählen Sie mir Mein Kollege wird euch jetzt auch Verkabelung durchsuchen Klar, kein Problem Kann er machen Das würde klar sein, ne? Funktioniert ja nie am dabei Ja, das stimmt Ebenso sind wir natürlich auch abgesichert Das habe ich mir schon fast gedacht Zweimal deinen linken Fuß heben Na klar Perfekt Perfekt Und einmal den rechten noch Ja, jetzt? Ja Selber, selber Perfekt, alles gut Auf ein Bein stellen wird ein bisschen schwieriger Für ein Ganja-Brot zu essen Aber ich probiere es Ja Reicht ja, wenn du dir ein bisschen die Zehen stellst Dass ich einfach unter die Schuhsolle kurz gucken kann Ich denke mal, wir sind hier mit dem gleichen Thema Das ist richtig Ich werde erst mal meine Maske absetzen Nö Also Fragen direkt nicht Ich denke mal Ich weiß halt, ne? Durch Parker aus welcher Ecke ihr kommt Ich glaube, wir hatten uns auch das Vergnügen Ne, persönlich nicht Daher es ist ja auch, dass ich ein persönliches Anliegen dabei habe Deswegen habe ich ja auch Euch diesen Preis genannt Der hoch ist eigentlich Und weißt du, Brian Versuchst ja in der Stadt Einen kleinen Blick zu machen, weißt du? Wäre es verdächtig, wäre nicht Aber dafür wedelst du ganz schön viel Dreck auf Wieso? Na ja, wenn man sich so umhört Du bist ja ganz schön hinterher, kann das sein Inwiefern hinterher? Ich hätte dir so viel verraten Dass man schon mitbekommt, dass du die ein oder andere Person befragst Ja, gehört ja dazu, oder? Ja Das ist richtig Arbeitet ihr da jedes Mal legitim? Was, meinst du das, weil ich bei Lu gestern getasert habe? Du bist, wir wollen ein eigenes Bild machen können, was legitim ist und was nicht, oder? Ich arbeite definitiv legitim, aber ich lasse mir nicht kurz nach dem Tod von einem Kollegen sagen, dass man sich darüber freut Und deswegen habe ich eine Person gefällt Verstehe ich, ja Aber das hatte nix damit zu tun, weil ich irgendwelche mehr Informationen aus ihnen raushaben wollte Oder sonst was Und das Weifeln aus dem Grundverletznis geäußert hat Für was er sich auch danach entschuldigt hat Habt ihr denn schon Verdächtige? Ansechste, ja Okay Willst du mir die Samensätze auch nennen? Nein Das ist ein laufende Ermittlungen, dafür werde ich keine Informationen rausgeben Das sollte klar sein Weißt du, so ein Business beruht ja auf Gegenseitigkeit Und wenn du uns ein Angebot machst Und was wir auch vorhaben zu halten Dann brauchen wir schon Ansätze, wo wir anfangen können Das Ding ist halt Weißt du, meine Aufgabe ist es zu ermitteln Und Ich habe ja nicht ohne Grund diesen hohen Betrag genannt Und dieser hohe Betrag kommt ja zustande, weil Leute, die sich damit beschäftigen Und dann selber ihre Informationen zusammentragen sollen Selber Sachen herauskriegen sollen Die wir Beweise liefern sollen Die zur Festnahme des Mörders führen Wenn ich die Informationen preisgeben würde Die ich habe Oder was ich schon getan habe Etc pp Dann bräuchte ich dafür ja nicht so einen hohen Betrag Das verstehe ich Aber du weißt ja, wie gesagt Aus welchen Ecken wir kommen Und du weißt, dass wir genug Essen auf dem Teller haben Wo wir uns drum kümmern könnten Und da würde uns einem toter Bulle wenig interessieren Mag sein Natürlich Aber wir haben natürlich vor Ich meine, es ist eine schöne Stunde auf jeden Fall Die hat uns auf jeden Fall überzeugt Und uns drum kümmern Und du weißt, dass wir nicht irgendwelche kleinen Straßengängste sind Die sich um irgendeinen Dreck kümmern Das weiß ich Aber ihr müsst halt auch verstehen Dass ich keine Informationen darüber preisgeben werde Das verstehe ich Ich will auch nicht den aktuellen Ermittlungen instanzen Sondern eigentlich so Dinge wie War das ein gezielter Mord? Ja Okay Hat Clark sich irgendwelche Feinde gemacht? Nicht bekannt Nicht bekannt Und wenn du sagst, du hast Anhaltspunkte In welche Richtung gehen die? Keine Informationen Also ich werde darüber nichts preisgeben Ich habe Parker schon angeboten, weißt du Die eine Hand durch die andere Und wenn die eine Hand mit Scheißer die andere Hand durch Dann wird die andere Hand ungern die andere Hand sauber machen Verstehst du, was ich meine? Natürlich verstehe ich, was du meinst Aber da kann ich mich halt nur wiederholen, was ich schon gesagt habe Ich gebe ja nicht umsonst halt so einen hohen Betrag dafür aus Was habt ihr denn? Habt ihr euch schon umgehört? Habt ihr was bekommen? Wie gesagt, man bleibt wenig auf der Straße Die Menschen sind ganz diskret, was den Morden angeht Ich hätte jetzt persönlich, um ehrlich zu sein, auch keine Richtungen, die ich ermitteln würde Ich habe zwar großes Interesse daran Ich würde mich der ganzen persönlich annehmen Aber ich brauche auch Hilfe von euch Genauso wie ihr Bedingungsweise du, Parker Auf das ein oder andere Ding von mir in Anspruch nehmen müsst Dann frage ich mal so Was würden euch denn irgendwelche Ansätze in unseren Ermittlungen bringen Wenn ihr selber darauf agiert? Sehr, sehr viel Ich meine, du weißt, wir haben mehr Spielraum als ihr Offiziell zumindest Das Ding ist, wie Oboein schon gesagt hat Wir könnten da nichts preisgeben von Von den Ermittlungen Und deswegen hat er auch das Die Belohnung ausgeschüttet Oder schüttet sie aus Dass ihr uns was liefern könnt Sind wir die Einzigen, an denen du dieses Angebot vermittelt hast, Orion? Zum aktuellen Zeitpunkt, ja Ja, okay, dann bleibt es aber jetzt Du kennst uns, du weißt, wie wir kriegen Dinge zu Ende Und dann brauchen wir nicht irgendwelche anderen Möchtegern Gangster Die dann noch mit im Business rumfummeln Habe ich da dein Wort, dass es bei uns bleibt? Solange ihr nicht von mir erwartet, dass sie sich Informationen preisgeben Ja, wie gesagt, ich will keine relevanten Infos, sondern nur Infos, wo ich zum Beispiel anfangen könnte Aber wie gesagt, habe ich jetzt schon klar verstanden, dass ihr das nicht machen wollt Dann werde ich mir selber Anhaltspunkte suchen Ich meine, auf der Straße wird gesprochen Also ich würde mal sagen, ist halt schon in der Lage, da Sachen herauszukriegen Okay, pass auf Folgendes frage ich dir jetzt noch dazu Aber mehr gibt es da nicht, okay? Ja Es waren fünf bis sieben Personen Ein Kollege wurde stehen gelassen, sie wollten nur ihn haben Es war ein schwarzer Neon und ein schwarzer Hülter Einer der Herren trug einen Zuhälter-Mantel Und die restlichen Leute waren alle schwarz bekleidet? Alle schwarz bekleidet, schwarze Maskierungen, T-Shirt und Kopf Welche Kennzeichen? Nix Fünf bis sieben Leute sagst du? Mhm Ich glaube, noch mehr im Hintergrund waren, kann ich nicht sagen Das ist nur das, was gesehen wurde Wurden keine Kennzeichen gesehen oder gab es keine Kennzeichen? Wurden nicht erkannt Eins sage ich immer zum Ende Auf und Ort des Kollegen war das Nutzelände Und du bist dir sicher, dass er keine Bekanntenfeinde hat, ja? Ja Irgendwas intern Auch alte Akten durchgeguckt, nix, was irgendwie auffällig war Intern auch nix Mhm Der eigene Kollege ist eifersüchtig Nix Ja, nix Ja, okay, dann werde ich mich auf jeden Fall jetzt aktiv dransetzen Und damit meine ich auch wirklich aktiv Ich werde jetzt meine, 100% meiner Zeit, äh, daran investieren Und sobald ich mehr habe, werde ich auf jeden Fall Parker anrufen Okay, machen wir so Gehen wir so hin Gut Ich hoffe, es versteht sich, dass dieses Gespräch erstmal nur diskret bleibt Ja Richtig Unsere Kollegen wissen nur, wir treffen uns mit Informanten Keine Zugehörigkeit, kein Genie Das ist gut, ja Das ist gut, ja Die Kollegen wissen ebenfalls, dass ich, ähm, gewissen Leuten das Angebot gemacht habe Und im Endeffekt weißt du jetzt, ähm, dass ich es einer Person gemacht habe Sind's vertrauenswürdige Kollegen? Ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwelche Rookies sind Ne, 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 ne Also schon, ein Engel Ja Okay Okay Und ich habe ja nur ihm das Angebot gemacht Heißt, solange ihr es nicht weiterstreikt, geht auch kein anderer das mit und will ja am Handel auf das Angebot bestehen Ja, wie gesagt, wir haben halt großes Interesse dran Ja, machen wir so Würde ich mal sagen Auch wenn ich es nicht gerne mache, ich hoffe auch gut durch Zusammenarbeit Ja Und wenn ihr was habt, was uns weiterhilft Ich werde nicht melden auf jeden Fall, ihr könnt Anrufe von mir erwarten, ja Wollte ich mal nicht da sein, hast du hier immer von O'Brien? Können wir jetzt austauschen Was sagst du? Also kurz Ich werde mal kurz eine SMS bestätigen Ähm 7, 8 4, 7, 4, 7 4, 7, 4, 7 Da habe ich schon eine SMS mit meinem Namen Mhm Auch für dich, falls ich dir irgendwann mal SMS schreiben sollte Sofort nach dem, äh Nach dem Lesen löschen Da kriegen wir Hände Ja Da sollte klar sein, ähm Das, ich weiß, ihr macht das auf eurer Art und Weise alles cool Mhm Ähm Aber bedenkt bitte immer, dass am Ende des Tages wir etwas brauchen, was vor Gericht zu werten ist Ja, ja, selbstverständlich Ja, wir beschaffen die Informationen und du schaust, was du damit anfangen kannst Wenn ihr den am Ende des Tages umbringt, entschuldigen, ist mir egal Ach ja So lange wir unsere Kohle kriegen Alles klar Ja Gut Ja Dann auch für eine gute Zusammenarbeit Dann euch noch einen schönen Abend Ja Abschließend vielleicht noch kurz unser Beileid bezüglich eures Kollegen Übrigens, das ist auch nicht irgendwie ironisch oder so gemeint Ich meine, wir mögen unsere beruflichen Diskrepanzen haben Aber Dass am Ende einer auf der Straße liegen bleibt Äh Ja, ist eigentlich immer für alle die unschönste Alternative Ja, aber Äh Gerade weil es einer war, der mit persönlich danach stand Dann ist es noch beschissen, naja Dann, wie gesagt, kein Beileid an euch Dankeschön Mhm Dann schönen Abend euch noch Jo, okay Als erstes so weg Jo, ciao Jupp, ciao Tja 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 Untertitelung des ZDF, 2020